Und ich glaube, das ist ja aus einem langen Film, aus einem 90-Minuten-Film, aber es kann auch leben für sich als Stück. Wir kommen jetzt zu etwas, was einen ganz anderen Klang hat, nämlich ich hab von Anselm Kiefer, der sozusagen, wir haben sozusagen in uns, sind wir beide siebenjährige, ja? Und haben da gemeinsame Interessen, Bunkerbauenden, Kappen, Wurzeln, Bäumen, Kappen und alle natürlich Quatsch, ja? Und ich hänge an ihm und er hat mir geschickt sogenannte Elefantenhaut. In der Ausstellung können Sie das sehen. Elefantenhaut sind Stücke von seinen sehr großen Bildern, wo er ein Stück abgeschnitten hat. Und das nehme ich dann und setze das wie ein Filter, wie bei der Debrikkamera von 1923. Da waren wunderschöne Masken, ja? Und solche Masken, ja? Kann man auch nehmen, ein Stück Kiefer. Und das habe ich ihm jetzt hier gemacht, ja? Mit dem Titel, ja? Irgendwas mit Stein. Gucken Sie es an. Und das mother... Danke. 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 Ich